Was ist das Nationale MINT-Forum? Das Nationale MINT-Forum steht für Qualität in der frühen MINT-Bildung. Es plädiert dafür, dass wir Qualitätsstandards entwickeln, diese Qualitätsstandards wissenschaftlich fundieren und diese Qualitätsstandards dann auch selbst anwenden. Nicht nur wir wollen sie anwenden, sondern wir wollen auch andere Initiativen dazu ermuntern, nach diesen Qualitätsstandards zu arbeiten und wir wollen sie unterstützen dabei, sie anzuwenden. Dazu sind wir im intensiven Austausch mit Mitgliedern des Bundestags und dem Bundesbildungsministerium, genauso wie mit Wissenschaftlern und anderen MINT-Initiativen. Wir vom Nationalen MINT-Forum möchten unseren Beitrag leisten als Teil der Zivilgesellschaft, als Stiftungen, als Initiativen, als Partner für eine gute MINT-Bildung.